Ui! Gehirne! So, wo geht es jetzt weiter? Aber wir können da rüber. Tja, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, wo wir... Nein! Wenn wir jetzt hier runter gehen... Also ich denke, wir müssen irgendwie hier drüben weiter, aber ich weiß noch nicht so genau wie. Wir müssen irgendwie einen von denen... Mit den Items, die wir nicht haben... Ah, okay! Der Kleine bringt uns nach da, der Große bringt uns nach da! Und jetzt kommt der Jürgen... Und jetzt können wir hier weiter. Oder auch nicht. So, dann können wir jetzt auf Englisch... Nein, das geht auch nicht. Gut! Ja, hier können wir nicht hin, irgendwie. Na gut! Dann nach da... Und nach da oben... Und auf den da unten... Und dann kommt der zurück und der nach vorne... Und warum geht es jetzt... Ah, okay! Wenn wir jetzt hier runter springen... Und dann den hier rumdrehen lassen... Und jetzt auf den da springen... Und dann landen die hier... Und wenn wir jetzt auf den hier... Und wenn wir jetzt auf den hier... Aha! Wir haben jetzt hier eine von denen, wozu wir die auch immer brauchen werden. Aha! Wir haben jetzt hier eine von denen, wozu wir die auch immer brauchen werden. Wir haben dann nur einige Fragen von Deنا zu steigen. Im Moment. Wir haben jetzt auch noch ein Saint shoes! Auf den hier. Können wir es jetzt nochmal hier probieren? Ach, mein Gott. So, dann krabbeln du mal ein paar vorne und dann tacke, und dann tacke, tacke. So, und jetzt auf dich. So, aber hier kommen wir nicht mehr weiter. Aber hier oben? Ah, okay, ich verstehe. So, wenn wir von hier springen, haben wir hier mehr Schwung. Genau. Und da ist so hoch. So, ich möchte eigentlich gerne... Was spielt da hinten? Oh, mein Gott. Und da ist so hoch. Und da ist so hoch. Wir gehen jetzt zurück. Und dann noch mal auf den hier. Und wenn wir jetzt hier hoch... Und wenn wir jetzt hier hoch... Oh, mein Gott. Ach, Mann. Ich hab' so das ungute Gefühl, dass wir hier fest sitzen. Ah, Moment. Wenn. Nein, das wollte ich nicht, okay. So, der jetzt hier drauf, wir hier drauf. Das tut es jetzt auch noch nicht. Bitte? Ah, okay. So, funktioniert es. Und was haben wir jetzt hier damit erreicht? Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Hallo? Hallo? Bis zum nächsten Mal. Ja, das sind wir wieder zurück. Ja, aber was ist das hier? Sterne, Wasser und Sonne. Und dieses komische Ding hier. Ich habe keine Ahnung. Nehmen wir mal die andere Richtung. Oh, wer bist du? Bis zur Unendlichkeit. Bazillen! Bazillen! Jede Menge Bazillen. Ähm, Leute, ich fürchte, wir haben uns verlaufen. Oh, ein Nasen. Oh, hallo! Belle... Zack, a! Wo sind wir denn jetzt gelandet? und aus der Nase wächst eine Schildkröte und mit einer unglaublichen Geschwindigkeit bewegt sie sich nach vorn und frisst genüsslich ein Blatt und wir erhalten einen zweiten, ja, was es auch immer sein mag ich habe keine Ahnung so, an Hotspots ist hier drin, glaube ich, sonst nicht mehr viel dann gehen wir einfach mal wieder ah, okay, jetzt sind wir von der anderen Seite hier reingekommen und jetzt haben wir eine Flöte ah, und da ist wieder jemand, der uns was erzählen kann so, die Spinne wollte den letzten Baum fressen aber da kam einer der die Spinne daran hindern wollte und die Spinne versuchte ihn auszusauen und verschwand ist das etwa unser kleiner Kumpel hier das bedeutet, dass wir müssen die ue, wie kommen wir jetzt da hin na gut, ich glaube, hier war der Ausgang ja, das sieht gut aus so, dann hier nach unten dann nehmen wir mal den nächsten Gang da gibt es hier einen Weg Moment, das muss ich jetzt erst noch ausprobieren, Leute tatsächlich so, da kommen wir hier wieder raus gut nachdem das geklärt ist hier nach ähm ich meinte eigentlich ähm hier lang und da lang ooooh Kasperle Theater hui mal gucken, was wir heute spielen Ho ändert Tschüss σ und sie